Hier? Das ist ganz besser. Weisst du was, eben im Sommer gibt es ja ein Restaurant Benisch. Benisch, das ist hoher toll. Gell? Wenn ich auch mal nenne, sind wir am Morgen halb um neun, halb um zehn nassig, halb um eins, ist Benisch zu essen. Dann kannst du gut draussen, dann kannst du da noch hinzustellen. Dann kannst du da noch in die Ehrlichsten stellen. Nein. 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 Vielen Dank.